Ja, hat Spaß gemacht. Ich glaube, so haben wir uns das alles vorgestellt. Ich glaube, die Fans hatten auch eine gute Zeit. Hüpfburg, die ganzen Kids hatten natürlich mega Spaß. War voll cool. Und dann natürlich das Spiel. War spannend. Also haben uns natürlich gefreut, dass unsere TSG dann auch gewonnen hat. Wir haben es schon vermisst. Mit Corona die ganze Zeit, das Stadion leer. Wir wissen nicht, wann es weitergeht. Endlich sind sie wieder da. Endlich haben wir wieder die Nähe zu den Fans. Wir sind froh, dass wir das Spiel noch gedreht haben. Ich glaube, am Anfang ein bisschen Unglück gehabt, also zwei Jahrhunderttore, würde ich mal sagen, bekommen. Aber das spricht natürlich auch für die Moral der Mannschaft, für die Mentalität, die wir in der Truppe haben, dass wir so ein Ding noch mal drehen. Und ich glaube, alle, die es heute mit Hoffenheim haben, die können glücklich sein. Ich glaube, wir hatten einen guten Test. Noch mal gegen guten Gegner gespielt. Und jetzt gucken wir, dass wir den Spirit, den wir jetzt aufgebaut haben mit Siegen und Toren, auf die Bundesliga übertragen. Wir haben gut nach vorne gespielt, denke ich. Aber das Tor wollte erst nicht rein. Und dann haben wir hinten raus, glaube ich, sehr gut nach vorne gespielt. Sehr viele Torchancen rausgespielt und sind sehr happy jetzt. Ja, klar ist, dass ich natürlich auf der Position schon Tore machen muss. Da will ich natürlich anknöpfen. Jetzt eine genaue Zahl habe ich natürlich nicht im Kopf. Ich probiere natürlich der Mannschaft zu helfen. Und gerade auf der Acht sind natürlich diese tiefen Wege gefragt. Und wenn ich dann so die Tore schön vorgelegt bekomme, wie von Pavel und von Georgi, dann muss ich mich natürlich nur bedanken. Ich glaube, wir haben wirklich gut gearbeitet. Wir haben heute schon viel von dem gezeigt, was der Trainer verlangt. Wir ziehen alle an einem Strang. Natürlich ist noch nicht alles perfekt. Aber dafür haben wir jetzt auch noch eine Woche, um frisch zu werden, um spritzig zu werden. Da wird jetzt der Fokus drauf gelegt. Und dann bin ich wirklich zuversichtlich, dass man mit der Truppe viel, viel Spaß haben kann. Bei wem stehst du heute alles an? Unter anderem beim Grisha Prömel. Natürlich bockstarke Leistung heute direkt. Erstes Spiel vor heimischem Publikum. Und natürlich Georgi, Publikumsliebling, ist klar. Ermin, Taji. Ja, genau. Und Baumi. Wie fandest du das Spiel heute? Das Spiel? Wie fandest du das Spiel heute? Sehr gut. Wer ist dein Lieblingsspieler? Lieblingsspieler? Keine Ahnung. Schau mal hier. Oliver Baumann. Oliver Baumann. Okay. Ja, ich glaube, jeder möchte, dass es jetzt wieder losgeht. Möchten wieder ins Stadion kommen. Ja, ich verursache einen Stau. Deswegen muss ich jetzt hier mein Trikot unterschreiben. Danke.